Ja, Leute, was geht ab? Euer am Start und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Jetzt kommen die unnötigen Jokes wegen meinem Bart. Ich trau mich nicht auszuatmen. Auf jeden Fall nicht in deine Richtung. Also wenigstens habe ich jetzt Bartwuchs, Leute. Ja, bei dir geht alles zurück. Ich sehe nur noch graue Haare. Das nennt man aber Bartwuchs, Lukas. Das nennt man auch Bartwuchs. Guck mal hier. Guck mal da. Die Zuschauer sehen es selber. Das ist Babyakne. Also was für Babyakne? Das ist Bartwuchs. Naja, wenigstens nehme ich nicht die ganze Zeit zu von Video zu Video. Leute, ihr seht es schon am Titel und auch im Hintergrund. Wir zocken heute mal Fortnite und zwar machen wir ein 1 gegen 1, um heute endlich mal zu klären, wer von uns der Bessere ist. Bist du bereit? Der Bessere bin ich, aber das Spiel ist absolute Scheiße. Ich komme damit nicht zurecht. Das Spiel ist absolute Scheiße. Verzerr nicht so sehr das Gesicht steht, dass sie ausfallen. Aber bevor jetzt alle in die Kommentare schreiben, so hey, das ist doch unfair und so. Ich werde heute, ich zeige es euch, auf meinem Laptop zocken. Und zwar darf ich nur das hier unten als Maus benutzen. Plus, mein Laptop ist absolut wack und alles ist am Längen. Also ich kann nichts machen. Das werdet ihr gleich in der Aufnahme sehen. Aber ich denke, für den alten Herren, ihr reicht es trotzdem. Ich würde sagen, bevor wir jetzt rein starten, wir machen oben 200 Euro. Also du musst nichts zahlen. Wenn du gewinnst, kriegst du 200 Euro. Einfach so. Lukas, ich habe letztens schon das Scheißspiel nicht hinbekommen. 200 Euro, bisschen anstrengend. Ja, du kannst mir 1000 geben. Ich habe es nicht. Dann können wir von den 200 Euro vielleicht eine Haartransplantation hier oben machen. Da wäre doch was, oder? Vielleicht schenken wir dir, da können wir hier diese Lücken bei dir im Bad füllen. Na gut. Für 200 Euro kannst du mich sogar mal anstrengen. Okay, da darf ich jetzt sagen, bevor wir ins Video rein starten, musst du dir jetzt erstmal deinen Kampf-Skin auswählen. Weil umso krasser der Skin, umso krasser bist du dann auch. Weiß ja auch jeder. Und wie du ja damals schon gesehen hast, habe ich im Spind den ein oder anderen Skin. Insgesamt, ich glaube, hat der einen Wert von so um die 8.000 Euro. Deswegen such dir da am besten erstmal einen raus. So, was, was denkst du? Ich gucke jetzt selber. Was würde zu dir? Hau ab, ich gucke selber. Warte, ich will dir eine Sache erstmal empfehlen. Die Empfehlung des Hauses. Da sehe ich dich drin. Ich könnte jetzt was nicht jugendfreies sagen. Da sehe ich dich drin. Oder der hier. Komm, hau ab. Der sieht doch geil aus. Der gute alte Pee-Bee-Skin, Leute. Ja, ah ja. Hier, Commander Krieger. Commander Krieger, was? Das ist ein YouTuber. Ich weiß, mit Commander Krieger ist Lukas. Ich habe ja auch schon ein Skin, du siehst den Hintergrund. Mein Account JabbaG, mit dem zocke ich immer ein bisschen auf Undercover. Mit welchen Waffen sollen wir heute zocken? Was denkst du? Da sind die 200 Euro. Was war denn das? So, was ist denn hier Pumpkan? Wo ist sie denn? Alt. Ich will es euch erklären. Alt auf der Tastatur. Was ist denn Alt? Alt. Und neben dem Alt und F4 gedrückt halten. Alt. Und F4. Also Alt, F6. Niemals drücken. Nichts, da war doch gerade F4. Nein, das war F6. Du hast Alt F4 gesagt. Ich habe Alt F6 gesagt. Du hast gerade Alt gedrückt und F6. Alt F4 habe ich gedrückt. Alt F4. Drück mal einmal hier drauf. Nur auf die eine Tasse. Danke. Jetzt kommen wir ja zu den Waffen. Jetzt Waffen auswählen. Komm. Eins gegen eins. Ich bin gehypt. Wir müssen jetzt rein starten. Also drei Waffen auswählen. Such dir drei Waffen. Die holen wir doch. Die holen wir doch. Aber frag nicht. Ne. Wir holen keine Schrotflinte. Okay. Weil du nämlich langsamer sein musst. Dann Schrot tut ja streuen. Uh. Dass du ein Wafflexperte bist. Ja. Deswegen hole ich. Alter verrückt. Mit Sicherheit die nicht. Okay. Was ist das? Die blaue M4. Die holen wir doch auf jeden Fall mal. Die holen wir doch. Schwere Sturmgewehr. Haha. Wusch. Warte. Wusch. Ja. Hier. Guck mal der Greifler. Der ist krass. Direkt hinter dir rechts. Guck. Ich zeig dir was der kann. Ich schaff schon mal die holen. So. Okay. Komm mit in die Mitte. Hier geht es los. Kleiner Schild. Komm her. Hier. Komm her. Hier in die Mitte zu dem Ding. Hier in der Mitte. Hier. Das ist doch scheiße. als links. So ein Scheiße hier spielen. Da würde ich sagen. Hey. Nee. Hallo. Es geht noch nicht los. Okay. Los geht's. Nee. Jetzt will ich jetzt erstmal hier irgendwie. Geht los. Ich möchte jetzt als erst mal. Nein. Es geht bloß wenn ich auch bereit bin. Leute. Auf Rieser. Ich habe noch nie in meinem Leben so anstrengend das 1 gegen 1 gehabt. Okay. Pass auf. Nee. Nee. Bleib mal da. Bleib bestimmt. Du musst gerade mal zuerst mal ein bisschen üben. Okay. Ja. Wie kannst du denn überhaupt bauen? Du kannst bauen. Hier stehen noch die ganzen Tasten. Mit C. Wand. V. Boden. Kuh. Bist du bescheuert? Als ob ich mich hier durch alles. Es wird ohne Wände hier arbeitet. Ohne bauen. Ja. Wir müssen doch erst. Ja. Ich komme so schon mit dem Suchen. Wir müssen ja erst eine Plattform bauen. Wie willst du denn ohne bauen machen? Das ist Fortnite. Es wird ohne bauen gemacht. Wie spielst du? Ende. Dann geht los oder was? Geht los. Alter. Ich bin so das. Und tschu. Stop. 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 Das hier gibt es schon mal gar nicht. Hier irgendwelche. Aber. Nee. Da hörst du sofort aus. Ohne. 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 Ohne springen. Hier wird einfach wie zwei Männer kämpfen. Da ist nur ein Bounzer. Dann ist mir scheißegal. Wenn du da nur dagegen kommst, bist du hochgeschleudert. Chill ist doch noch Trinkpause. Hallo. Mir reicht's. Ich knall dich ab sonst. Boah. Ich kann's nicht. Leute mit Maus bezocken. Er schießt dich. 200 Euro. Das war doch gar nicht der Kampf. Das war der Kampf. Best of Street. Bis drei. Nee. Bis drei. Bis drei. Bis drei. Bis drei. YouTube Money. Papa bis drei. Los. Stop. Nee. Du machst es einfach hier unten. Das machst du sofort wieder zurück. Aber sofort. Das gibt mir irgendwas zu trinken. Du darfst das nicht mitnehmen. Du hast mich gerade angeschossen, du Arschloch. Okay, komm. Los. Mensch, war blöd. Nee, nee, nee. Nichts los. Wie geht das hier? Ja, schieß mich ja einfach. Wie kann ich jetzt trinken? Ohne Bauen. Dann ist Regelverstoß. Dann ist der zweite Sieg für mich. Papa, ich drücke auf Schießen. Das funktioniert nicht. Wo bist du? Ich komm jetzt. Genau, stell dich da hin. Geh da oben drauf. Nee, nee. Doch, du musst da oben drauf. Nein, ich geh nicht da oben drauf. Warum nicht? Ich warte hier auf dich. Okay, wenn du da. Wacht mal, was hat denn hier? Okay, wenn du mich jetzt killst, kannst du das Geld direkt mitnehmen und dann vorüber. Okay? Komm her. Du lässt da mal oben los. Komm jetzt her. Das machst du nicht damit. Was mache ich? Ich war blöd. Was denn? Du hast gerade damit gelenkt. Geh gelenkt. Du hast gesagt, du würdest nur hier mitarbeiten. Ja, aber ich muss ja auch gehen. Hiermit kann ich mich bewegen und schießen. Du kommst jetzt da runter. Da hol mich doch da runter. Ja, wow, jetzt bist du auf dem Bounce eingegangen. Ohne springen. Ohne fliegen. Das habe ich gerade gesehen. Stopp. Wo ist denn der jetzt? Ja, in der Luft. Guck mal unten. Ja, wie komm schon wieder runter? Hier, jetzt bist du wieder da. Und zwar direkt vor mir. Nee, 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 nee. Da hast du jetzt irgendwann. Du hast jetzt irgendetwas da rumgemengt. Was kann ich dafür, wenn du vor mir landest? Jetzt haben wir es drin. Ich sehe nichts. Steht doch. Oh, da war der Hit. Wo bist du denn? So, hier. Alter, meine Aim, Leute. Man kann es vergessen. Du hast damit wieder gelenkt. Damit geht, Mann. Das ist W-A-S-D, Papa. Damit gehst du auch. Das hat nichts mit Lenken zu tun. Das hast du gelenkt. Wo bist du jetzt? Wir spielen hier kein Need for Speed. Ah, wie süß. Ja, wann fang mal denn jetzt mit der Runde an? Ja. Stopp. Das gilt nicht. Der hat nicht mehr geschossen. Ja, Munition war der. Dann musst du mir doch sagen, dass du dafür noch Munition kaufen musst. Okay, aber egal. Jetzt allerletzte Runde. Jetzt ist Finale. Jetzt geht es hier um alles oder nichts. Wer jetzt den Win holt, der hat den Win geholt. Leute, ich schwöre es mir mit dem Laptop zu zocken. Oh, eine Maus. Und. Du wolltest die Waffe selber haben. Stopp. Mit deinem Rumspringen, das machen wir nicht. Haben wir eben gesagt. Ich sehe es doch gar nicht weiter. Mit deinem Rumspringen, das machen wir nicht. Mit deinem Rumspringen machen wir nicht. Das gibt es nicht. Die Waffe hast du ausgewählt, dich, ich. Okay, komm. Na komm, schieß ich mal auf. Ich trinke, ich gönne mir mal gerade einen Schluck was zu trinken. Mach ruhig nochmal. Ja, komm. Jetzt aber. Der war's. Ne, noch einer. Ne, ja. Jetzt hast du dich wieder selber hoch gebaut. Aber ist nicht schlimm. Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Da bist du wieder gelandet jetzt. Zack. Wo bist du? Du bist gar nicht mehr da. Habst du dich erwischt? Oh, los. Du triffst nicht ein Schluck. Du verarschst mich doch. Du hast hier... 9000! Deswegen, du bescheißt mich! Ich hab da 100 und du 9000! Guck mal hier. Mit Schiff. Stellst du auf 10.000, du Arschloch! Das Geld hab ich gewonnen. Aber das hab ich sowas von gewonnen. Das sind aber nur 125, ich krieg 200. Wir haben gesagt, das ist der Wettbewerb. Ne, ne, du hast... Ohne Bonbonne. Ne, ohne Bonbonne. Okay, du kriegst das Geld. Du kriegst doch! Ich geb dir den Rest. Aha. Noch ein goldener Thaler. Bescheißt mich hier. Das Game is done. Sag das mal. Sag mal, wenn man gewonnen hat, schreibt man rein GG. Sag mal GG. GG. Two E's for me. Sag auch mal. Sag mal, bist du bescheuert? Sag mal, easy clap. Ich verarsch mich da hier nicht selber. Nein, wenn mal jemanden so easy zerstört. Ich kann nicht mal easy clap machen. Sag mal, easy clap. Sag mal, wenn mal einen easy zerstört hat. So, ja, du warst nix. Easy clap. Sag mal, easy clap. Boah, das ist grad echt cringe. Das ist sowas von cringe. Für Fortnite. Für Fortnite. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, das war's heute im Video. Wenn's euch gefallen hat. Jürgen Papas. Den Rest kriege ich noch. Das sind 130 Euro. Du hast 300, ich sag. Ja. Schreib mal in die Kommentare, ja? Dass mein Sohn mir den Rest noch zu geben hat. Gönn doch einfach mal. Ich hab bald 2 Millionen Abonnenten. Ich hab dir überhaupt nix. Du hast mich beschissen. Schieß doch ruhig. Schieß doch ruhig. Meinst du, ich wär blöd? Das mein ich nicht nur. So blöd, wie du ausschaust, kann ich gar nicht werden. Leute, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Da würden wir mich sehr, sehr freuen. Schaut gerne auch beim Instagram-Kanal vom Dad vorbei. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen. Jetzt mal, wenn du da der Wenz machst, die Abos. Lass es. Jetzt echt? Ja. Hey, macht doch, gönnt doch mal, Leute. Lasst mal ein Abo da. Schreibt mal in die Kommentare, dass der Sohn... Ich hab gerade gesagt, du sollst es einlassen. ...dass der Sohn besseren Bartwuchs hat als der Papa. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Haut da rein. Wir sehen uns. Und ciao. Das ist mein Bart in Ruhe. Peace. Ciao.